Herr Schorner, Galenica hat den Umsatz im ersten Semester auf über 2 Milliarden gesteigert und die Profitabilität ist dabei überproportional gewachsen. Besonders dynamisch entwickelt hat sich die Pharma-Sparte. Werden sich diese Trends im zweiten Halbjahr fortsetzen? Ja, die Galenica-Gruppe hat sich sehr gut entwickelt im ersten Semester. Wir sind sehr zufrieden. Alle Bereiche der Gruppe haben sich positiv entwickelt und wir haben unsere Guidance für das Jahr um circa 10 Prozent verbessert. Wir planen, die 21. Gewinnsteigerung in Folge in 21 Jahren zu realisieren. Das ist sehr positiv für die Zukunft. Im Fokus steht zurzeit sicherlich die Aufspaltung der Gruppe. Bei Vifor Pharma wurden im ersten Halbjahr verschiedene Lizenzverträge geschlossen und zudem die Übernahme von Relipsa vermeldet. Wie steht die Sparte nach diesen Transaktionen dar? Wir sind überzeugt, dass jetzt Vifor Pharma extrem gut vorbereitet ist. Wir haben sehr viele Projekte, wie Sie gesagt haben, sehr versprechend. Also wir sind sehr zuversichtlich für die Zukunft der Vifor Pharma. Den Kaufpreis für Relipsa bezeichneten einige Analysten als hoch oder gar zu hoch. Wir sind absolut nicht dieser Meinung. Wenn Sie vergleichen, was unsere Konkurrenten AstraZeneca für eine ähnliche Firma bezahlt haben, der Preis, den wir bezahlen werden, ist absolut korrekt. Wir müssen auch betrachten, das ist für uns die Möglichkeit in Amerika Fuchs zu fassen mit einer Marketing- und Sales-Organisation, die schon existiert, mit Produkten, die am Lancieren sind. Und das ist für uns natürlich sehr interessant. Und dazu gibt es noch Cash in the Box. Noch ein Blick auf das Aktionariat. Der Grossaktionär Sprint hat den meisenden Anteil an der Gruppe um fast 5% auf knapp über 20% reduziert. Haben Sie Signale, dass dieser Anteil weiter abgebaut wird? Wie Sie es wissen, KKR ist eine Private Equity Firma. Private Equity Firmen haben einen Zeithorizont von 5 bis 8 oder 9 Jahren, wo sie bleiben in einer Firma. Bei uns ist KKR seit jetzt neun Jahren, die Zeit ist gekommen auszusteigen und das hat KKR uns kommuniziert. Also sie planen, ihre Beteiligung zu verkaufen. Können Sie etwas sagen zum geplanten Verkaufsprozess? Wird das in einem Rutsch gehen oder sind Sie daran beteiligt? Also wir als Galenica Gruppe haben ein Vorkaufsrecht. Das bedeutet, wenn Sprint oder KKR sich entscheidet, Anteile zu verkaufen, müssen sie uns das kommunizieren. Und dann haben wir 20 Tage, um unser Verkaufsrecht zu üben. Also das bedeutet, dass wir werden wissen, wann und wie viel KKR verkaufen wird. Wissen Sie, ob da kurzfristig schon ein Verkauf geplant ist? Im Moment haben wir keine Informationen. Der zweite Grossaktionär ist Martin Ebner, der knapp oder gut 18% der Gruppe hält. Wissen Sie, ob er nach der Abspaltung eine wichtige Rolle spielen wird? Also Martin Ebner ist Aktionär bei uns seit mehr als 10 Jahren. Er hat uns immer gesagt, dass er langfristig orientiert ist. Und das hat er noch in den letzten Monaten und Wochen bestätigt. Also er ist für uns ein Aktionär, der langfristig orientiert ist. Ihr habt connectiert. 05.0